Und ich habe vorhin einfach einen 6-8er getroffen, ne? Langzeitarbeitsloser sagt, selten einen selbstverliebteren gesehen als ihn. Günay Akchay sagt, warum haben in Deutschland alle so einen Stock im Arsch? Nachbar klingelt bei mir, weil ich ein Papierschnipsel im Plastikbülleimer habe. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, Mann. Ich sage dir es, wie es ist. Musst du immer damit rechnen, hier in Mexiko, dass es nicht funktioniert, so. Leon, meinst du, dein Leben ohne Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. wäre ein schöneres? Ganz ohne Neid und sozialem Druck. Das maximale Level war dann durch dieses Corona-Ding. Und das hat mich halt auch wirklich krass mitgenommen. Das hat Auswirkungen und Nachwirkungen bis heute so. Keine Maschinen und Roboter. Auch wenn wir im Internet stattfinden, sind wir immer noch Menschen, jo. Sie tanzt in meinem Video. Shakebodygirl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Aber sie fehlt meine Vision. Babygirl, komm mal von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibt es nicht zwei von dir? Skrrrrr. Bin wieder back. Step aus dem Wagen, der Fade ist mal wieder zu fresh. You gotta relax. Jeder will reden, weil eigenes Leben zu wack. Was geht ab, Leute? Seid ihr live oder was, Digga? Servus, Don Habibi. Du warst der Erste im Chat. Ich küsse dein Herz. Lass mal direkt einen Daumen nach oben da. Habibi, Don. Dafür kriegst du eine Faust auf die Realness, man. Freunde, ich habe Neuigkeiten. Dieme Anlage, man. Ich habe Neuigkeiten. Und zwar werde ich umziehen. Heute noch. Aber nur in das Apartment nebendran. Meine Balkontür funktioniert nicht. Die Klimaanlage in dem anderen Zimmer funktioniert nicht. Und das habe ich einfach reportet. Und dann bin ich vorhin nach Hause gekommen. Und dann hat die zu mir gesagt, wir machen gerade das Apartment nebendran sauber. Und dann kannst du da einziehen, wenn du Bock hast. Und ich glaube, das ist cool. Weil wenn ich noch eins weiter drüben bin, dann können die von dem Pool mir gar nicht mehr auf die Eier gucken. Ich meine, schade für die. Aber gut für mich. Langzeitarbeitsloser sagt, selten einen Selbstverliebteren gesehen als ihn. Jemmo hat es schon gelöscht. Aber der Name sagt schon alles auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz, Bruder. Natürlich liebe ich mich selber, Bruder. Was ist da los? Wer sich nicht selber liebt, der macht was falsch, Freunde. Also ich sage mal so, eine gewisse Selbstliebe ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. Egal, was ihr macht. Einfach so für euch, um im Leben besser klar zu kommen. Und ich finde, wenn man sich selbst nice findet, wenn man hinter sich selbst steht, wenn man von sich selbst überzeugt ist. Ich mag Menschen, die so sind. Eigentlich nur Leute, die sich selbst nicht feiern, mögen Leute nicht, die sich selbst feiern. Also solltest du darüber nachdenken, Langzeitarbeitsloser, ob du dich selbst feiert. Aber dadurch, dass du Langzeitarbeitslos schon in deinem Namen drin stehen hast, kann ich mir gut vorstellen, dass du dich auf keinen Fall selbst feierst, Bruder. Tschüss dir, Dicke. Oh shit. Somnium stark. Gerade noch Lovelock Lifestyle. Neue Video gegeben auf Lunge. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für den Support auf jeden Fall. Und ich habe auch da wieder in den Kommentaren gemerkt, Leute, ohne Scheiß, ich bin echt, das macht mich echt happy zu sehen, wie halt immer noch eine gewisse Community an meiner Seite ist und immer noch eine Community hinter mir steht. Und ich spüre das mehr denn je dadurch, dass ich halt auch nur noch persönlichen Content mache. Also entweder Videoblogs von meinem Leben, wo ich so ein bisschen zeige, wo ich gerade lebe, was gerade so abgeht. Oder halt auch hier die Livestreams. Das geht halt wirklich nur um mich. Und dass da halt immer noch Leute da sind, die dann Interesse dran haben, die das feiern, die hinter mir stehen, macht mich stolz und das erfüllt mich auch mit Liebe. Weil das ist einfach geil. Und das war schon immer mein Traum. Und deswegen bin ich echt happy, das zu sehen, wie viele Leute mich da supporten, wie viele Leute da auch kommentieren, einen Daumen nach oben geben. Einfach nur, um mich zu supporten. Weißt du, wie ich meine? Ich merke das ja. Die Videos kommen online und dann kommen schon direkt irgendwie 10 Kommentare, so Support, Algorithmus, dies, das, bla, bla, bla. Und das ist halt krass, Bro. Das ist ein geiles Gefühl, Mann. Ich küsse euer Herz. Dankeschön. Auch mal Liebe an euch zurück auf jeden Fall. Leon, mach mal Platz ready für mich. Wenn es so weitergeht, will ich auswandern. Platz it out, man. Bro, hier gibt es genug Platz. Die bauen hier gerade überall. Also hier wird es auch in Zukunft sehr, 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 sehr viel Möglichkeiten geben, wo man wohnen kann. Und deswegen macht dir darüber keine Sorgen, Bro. Du wirst auf jeden Fall einen Unterkunft finden. KS hat einen Fünfer da gelassen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für den Support. Hau mal da jetzt eine Faust rein in den Bildschirm. Kommt ein bisschen blöd, wenn du am Handy bist und dann da selbst mit Faust abklatsch oder in den Bildschirm rein. Aber das muss sein, Freunde. Das gehört hier zum Streamen dazu. Die Fäusti-Vibes müssen immer fliegen hier, Digga. Viel Erfolg auf deinem Weg. Wünsche dir alles Gute. Mach weiter so und bleib, wie du bist. Dankeschön, Dog. Weiß ich zu schätzen. Eben, weil einer gerade schreibt. Yunus, Grüße aus Mannheim. Grüße zurück nach 6-8. 6-8 ist alles, weil 6-8 ist alles, weil wir sind ja schon in 6-8. Und ich habe vorhin einfach einen 6-8er getroffen. Ich laufe in den Barbershop rein. Ich wollte eigentlich in einen anderen Friseurladen gehen. Stand schon davor, bin reingegangen, habe nach den Kosten gefragt. Habe gesagt, oh nee, das ist mir too much. Dann bin ich weitergefahren in den nächsten und in dem nächsten saß ein Dude drin. Und ich dachte mir schon, der sieht schon deutsch aus ein bisschen. Und dann habe ich dem Barber ein bisschen erzählt, dass ich auch Mucke mache, dies, das, bla. Der hat dann meine Musik ausgecheckt. Und dann hat der Bruder gemeint so, ey, du kommst doch aus Mannheim, oder? Ich gucke den so an, ich sage, nee, oder? Der sagt, ich komme auch aus Mannheim. Ich sage, nein, Bruder. Und der Dude verdient einfach sein Geld seit 6 Jahren mit Pokerspielen, Bro. Und das ist wild. Ich habe den auch im Vlog eingebaut, wie das funktioniert, was er da genauso macht. Werdet ihr im nächsten Videoblog auf jeden Fall sehen, Freunde. So, jetzt haben wir hier die ganzen Städte am Start, Bro. Wiesbaden, Stuttgart, München, Frankfurt, Willingen, Schwellingen, Berlin-Wedding, Berlin-Baby, was sonst? Kaiserslautern, Ravensburg, Berlin-Karlsruhe, Ingolstadt, Nürnberg, krass, Digga. Deutschlandweit am Start hier auf jeden Fall. Erlangen, Duisburg, Bottrop, Kreta, Türkei. Ist Internet besser in der neuen als in der alten Wohnung in Tulum? Ja, ich sage mal so, die letzte Woche, wo ich in der alten Wohnung in Tulum war, war das Internet ja eins nice. Da habe ich ja, Bruder, eine Upload-Geschwindigkeit gehabt. Das war der Hammer, Digga. Weil ich dann mit Kabel verbunden habe, so. Und hier reicht es auf jeden Fall. Also hier reicht es auf jeden Fall zum Streamen. Leckfreies Streamen und Videos hochladen geht auf jeden Fall. Und das ist ja das Wichtigste eigentlich für mich so. Geil, hier haben sie schon zwei Connected aus Dürren. Gefällt mir. Das mag ich. Connected euch mal gegenseitig. Wenn ihr gesehen habt, dass einer aus eurer City kommt, connectet euch gegenseitig. Vertraut mir. Die Lovelock Army, jeder von uns hat irgendwo eine Connection miteinander. Also die Leute, die mich verfolgen, sind in gewisser Maßen durch. So wie ich selber auch. Und bis jetzt habe ich fast noch nie jemanden, also eigentlich noch nie aus meiner Community, die mich wirklich verfolgen, gerade auch nach dem Shitstorm. Das ist halt der Vorteil, das hat der Shitstorm so mit sich gebracht, dass die Spreu sich ein bisschen vom Weizen getrennt hat. Und die Leute, die mich seitdem weiterhin noch verfolgen, jeden, den ich bis jetzt getroffen habe, oder mit dem ich geredet habe oder so, geile Vibes am Start gab. Richtig geile Vibes. Günay Akchai sagt, warum haben in Deutschland alle so einen Stock im Arsch? Nachbar klingelt bei mir, weil ich ein Papierschnipsel im Plastikmüll-Eimer habe. Bro, das ist ein richtig geiles Beispiel, Digga. Das ist ein richtig geiles Beispiel, Bro. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, man. Ich sage dir jetzt, wie es ist. Also ich habe immer noch krasse Liebe für die Deutschen und für die deutsche Mentalität auch am Start so. In gewisser Hinsicht finde ich die Deutschen auch immer noch nice und immer noch geil. Ein paar Sachen gehen mir auf jeden Fall auf den Sack so. Aber ja, vor allen Dingen die reisenden Deutschen, die man hier so trifft, die haben einfach geile Vibes am Start so. Ich mag Deutsche. Ich mag deren Mentalität, deren Realness auch so. Deutsche sind schon real auch irgendwie so. Aber sowas würde hier halt auf keinen Fall passieren, Bruder. Dafür funktioniert halt auch hier eigentlich nichts, wenn man ehrlich ist so. Also egal was du machst, egal wo du hingehst, egal wo du hinziehst, egal was du kaufen willst oder irgendwie, wenn du irgendwas erledigen willst, musst du immer damit rechnen hier in Mexiko, dass es nicht funktioniert so. Und das ist halt in Deutschland ein Riesenunterschied. In Deutschland funktioniert fast alles so. Media Graphics GmbH hat einen Zehner dagelassen. Media Graphics it in, man. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support. Dabei ist alles. Weil dabei ist alles. Weil wir sind ja schon dabei. Skrrr. Seit der Februar 2015. Wie heißt die Kleine nochmal, die ihr immer Küken genannt habt? Und sie ist jetzt, glaube ich, bei Zeck Plus. Ah, du meinst, ähm, Debbie. Du meinst Debbie. FIBO 2015. Seit 2015 bist du am Start, Bruder. Ich küsse dein Herz, Digga. Danke für den Support auf jeden Fall. Was ich an der Stelle noch dazu sagen wollte ist, ich habe mir gestern alte Videos von mir selber reingezogen. Bro, das war krass. Das war auch für mich sehr, sehr emotional auch irgendwie. Wie, so die alten Videos. Ich habe da damals einen Jahresrückblick gemacht, nach meiner ersten FIBO. Und da hatte ich gerade mal ein Jahr YouTube gemacht. Und dann habe ich davon erzählt, wie ich halt ein Jahr lang sich niemand dafür gejuckt hat, was ich gemacht habe. So, ich habe meine Facebook-Seite da aufgemacht gehabt. 2014 oder so. Äh, Lovelock Aesthetics. Das wissen nur noch die realen. Die realen Supporter wissen das auf jeden Fall. Ähm, Lovelock Aesthetics hatte ich damals aufgemacht. Und das hat halt wirklich, nicht wirklich viele Leute interessiert. Aber es ging dann wirklich, innerhalb von einem Jahr, habe ich da so viel aufgebaut. Und das hat sich so krass entwickelt. Das war für mich selber zu sehen, war krass. So. Also, wir müssen auch mal einen Stream machen, wo wir uns mal alte Videos von mir selber reinziehen. Das geilste ist, wo du vor der Tafel stehst. Bro. So, Leute. Willkommen zum weiteren Video, zum Thema Sixpack. Ich habe da noch so komischen Sprachen, so, 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 so Stimmenbruch-mäßige Vibes am Start sogar, jo. Krass. Oh, shit, Alter. Matthias P. Tiefgründige Frage hier im Start. Leon, meinst du, dein Leben ohne Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. wäre ein schöneres als mit, ganz ohne Neid und sozialem Druck? Boah. Also, das würde ich mit zweischneidigen Vibes wie immer eigentlich betrachten, so. Weil auf der einen Seite, ohne diese ganzen Social-Media-Apps und diese ganze Social-Media-Sache, würde ich jetzt das nicht machen, was ich mache. Und ohne das hätte ich auch wahrscheinlich nicht so viel erlebt in meinem Leben. Und ich wollte immer schon irgendwie was mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, hatte ich das schon irgendwie bei mir so drin einfach, so. Und ohne Social-Media wäre es schwer gewesen, das zu erreichen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass ich jemand wäre, der das auch dann anderweitig geschafft hätte, irgendwie, seine Aufmerksamkeit, die ihm wahrscheinlich in der Kindheit gefehlt hat, irgendwie zu bekommen. Sei es über Fernsehen oder über irgendwie so eine Sache so. Oder vielleicht direkt über Musik dann oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich muss sagen, ich finde Social-Media eigentlich nice, so. Weil du kannst als Mensch einfach andere Menschen erreichen, ohne dass irgendwas zwischengeschaltet ist. Ohne dass irgendeiner dich kontrolliert oder dein Content kontrolliert oder dich, ja, oder dir sagt, was du sagen kannst und was du nicht sagen kannst. Das Social-Media hat das halt ermöglicht, dass jeder seine Meinung frei teilen kann in der Öffentlichkeit. Fast. Also, ich habe ja auch meine Meinung in gewissen Hinsichten schon geteilt, was dann auch von YouTube zensiert beziehungsweise gelöscht wurde. So, aber grundsätzlich gibt es halt durch Social-Media die Möglichkeit, sich eine Reichweite aufzubauen, sich ein Gehör zu verschaffen und sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, so. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, dass Social-Media auch viele Struggles mit sich bringt. Auch bei mir persönlich so. Also, gerade so, wenn ich ganz offen und ehrlich zu euch bin, mich hat es gerade am Anfang mit Kommentaren und negativen Kommentaren vor allen Dingen und Leute, die dich jeden Tag beurteilen oder auch verurteilen, hat mich selber auf jeden Fall auch schon mitgenommen. So, das ging schon vor dem Corona-Shitstorm los, den ich dann hatte, weil ich dazu meine Meinung gesagt habe, gibt es halt Leute, die halt versucht haben, sich immer irgendwie so komisch lustig zu machen oder mich irgendwie klein zu reden oder auf mir rumzuhacken und so. Und ich bin ein Typ, mir tut es nicht gut. Und das maximale Level war dann durch dieses Corona-Ding und das hat mich halt auch wirklich krass mitgenommen. Das hat Auswirkungen und Nachwirkungen bis heute so. Also, was ich mir da alles reingeben musste, Leute haben teilweise meiner Mutter auch geschrieben und so und Bro, das hat sich für mich als ein Typ, der eigentlich nie jemanden versucht hat, was Böses zu tun, der eigentlich auch immer, ja, keine Ahnung, ich würde niemals mich hinsetzen oder das tun, was andere Leute da mit mir gemacht haben. So, weißt du, was ich meine? Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man seine Meinung nicht äußern darf. Digga, wenn einer mit meinem Shit nicht zufrieden ist, dann soll er ruhig seine Meinung äußern. Alles cool, Digga. Aber so jemanden wie mich, einfach Menschen wie mich, mir tut es nicht gut, wenn ich so viel Hass auf einmal zu spüren bekomme, die direkt auf mich abzielt und oft dann auch nichts mehr mit dem Thema zu tun hatte, sondern einfach genereller Hass, generelle Abneigung, die so in meine Richtung geht. Tut mir als Mensch einfach nicht gut. Das ist nicht gesund für mich so. Es beschäftigt mich immer zu einem gewissen Maße, wenn Leute halt irgendwie mich haten. mir schreiben, du bist scheiße, du bist deswegen und bla und wie kann man nur so dumm sein und wie kann man dies und das. Bro, ich ignoriere viel, aber am Ende des Tages bleibt auf jeden Fall was hängen. Ein gewisser Teil bleibt immer hängen und das ist halt der Preis, den man bezahlt, wenn man in der Öffentlichkeit stattfindet, so. Aber mir als Mensch tut es halt nicht so gut. Also ich kann mit Hass, Hate, Negativität nicht so gut umgehen. Ich habe es gelernt ein bisschen besser durch diesen aggressiven Shitstorm, den ich hatte, so. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, wenn Leute mir eklige Sachen schreiben, mich haten, mich hassen, so, tut mir das selber nicht gut. Ich feiere das nicht so. Und das ist halt so die Schattenseite von Social Media und ich kenne halt aber auch viele Leute, die nicht mal damit arbeiten und ihren Tagesablauf, ihre Stimmung am Tag davon abhängig machen, wie viele Likes sie bekommen oder wer wem irgendwelche DMs schreibt. Das Mobbing-Ding ist auch viel größer geworden durch Social Media. Also es hat seine Vor- und Nachteile, ne? Auf der anderen Seite nochmal einen Vorteil zu sagen, das hat uns auch irgendwo weltweit vernetzt, so, ne? Es ist jetzt möglich, dass wir sehen, was ihr könnt jetzt mir gerade zugucken. Ich bin live in Mexiko und ihr guckt gerade live dabei zu mit zwölf Stunden Zeitverzögerung, äh, wir sind zwölf Stunden zeitversetzt quasi in einer ganz anderen Zeitzone, in einer ganz anderen Welt und ihr könnt mich trotzdem live mitverfolgen, so. Weißt du, wie ich meine? Das hat Social Media halt auch mit sich gebracht, so. Also es ist ein, wie immer ein zweischneidiger Vibe, so, aber am Ende des Tages würde ich sagen, Social Media ist schon was Gutes, ja? Trotz Hate immer stark bleiben, ja, voll. Bro, ich hab mich noch nie von irgendwelchem Hate oder von irgendwelchen Leuten, die mir Hate gegeben haben oder mich canceln wollten oder mich abgefuckt haben, hab ich mich noch nie unterkriegen lassen, so. Das auf keinen Fall, Bro. Auf keinen Fall, Digga. Dazu bin ich zu ehrgeizig und dazu hab ich einfach, dazu ist mein Traum, meine Vision zu groß, dazu, ne, ich bin stark in der Persönlichkeit, so. Weißt du, das heißt aber trotzdem nicht, dass halt, äh, mir das auch weh tut, wenn Leute mich beleidigen oder mir, mich haten, vor allen Dingen im Internet, so, wo ich nicht mal direkt drauf reagieren kann, so. Weißt du, wie ich meine? und ich bin da einfach ehrlich, Ich hab, ich hab auch Gefühle, Dicker, Leute in der, Leute in der Öffentlichkeit haben auch Gefühle, so. Ich hab immer das Gefühl, dass ihr so, dass, dass die Leute im Internet, also Leute von außerhalb, Leute, so, sagen wir mal, Personen des öffentlichen Lebens, so, als irgendwelche Figuren sehen, zu denen man einfach immer alles schreiben kann, so. Wo man einfach immer alles, den ganzen Ballast ablassen kann und sagen kann, ey, du bist so, ey, du bist so, ey, du bist dies, ey, du bist das, ey, ich hab das von dir erwartet und so. Als ob das keine Menschen sind, Digga, so. Wir sind auch Menschen. Weißt du, ich meine so, ich glaub, das wird immer so ein bisschen, ein bisschen vergessen auch, ne, keine Maschinen und Roboter, auch wenn wir im Internet stattfinden, sind wir immer noch Menschen, jo. Skrrr. Männchen da haut, motherfuck, ja.